Was? Was wurde von StarLore getötet? Die Fight? LOL Auf zur Mitte! Fighten sie doch schon! Hey und willkommen zur siebten Folge von Turo 3 Yo Leute, was ist denn da? Ich werde schon ein Instant drauf Yo, sorry? Ja, Moin! Und wo sind wir denn? Hallo! Hey, ich bin in der Höhle Ich bin auch in der Höhle Hey Alex Hallo Ich habe jetzt 3 Zucker, aber wir können einen Proof mehr machen Nice Ich habe 8 Hast du gerade Zucker auch eingesammelt? Nö Sicher? Ja Ich mach nochmal schnell 3 Bücher Stellst du mal einen Zaubertisch auf? Ja Zaubertisch Das ist nicht genug Ich habe kein Brottbuch Hast du noch? Gib mir mal die Dias bitte Mach ihr Abbruch? Ja, ich gebe dir ein Brottbuch dafür Hast du Spinnen und Netze noch? Ja Gib mir auch die Hälfte Du und Fighten Ja Ich bin so cool Mhm Machen wir jetzt Dias Ich fange mir ein Dias Schwert anzumachen, ne? Ja Dann habe ich dein Schwert schon Darf ich mal schauen, wie viel es kostet Hast du einen Amboss? Du hast einen Amboss? Ne, ich habe einen Amboss nicht Wie, du hast ihn denn nicht? Ne, ich habe ihn nicht Ich habe ihn auch nicht Was? Ich kann auch einen Craft, wenn du es Ja, dann Craft mal wieder Ja, super Ich habe den Amboss da auf den Ofen gestört Ich bin mal wieder meinen Lapis wieder Du hast mir naps geglaubt Steve, ich habe den Amboss auf den Ofen gestört Ja, ich habe ihn einfach abgebaut Aber ich habe ihn nicht eingesammelt Ich habe ihn nicht Dann mach halt einen neuen Das ist Time Waste, was du gerade machst Einfach einen neuen Gerne Ich kriege einfach kein Brot auf dem Buch Ich habe ein Brot auf dem Buch Ich habe ein Brot auf dem Buch Ja, weil ich es dir gegeben habe Ja Es kostet 12 Nein, du brauchst noch ein Level, Steve Ich hole mich schnell ein Level, oder? Kannst du tun Ich habe weiter Zucker rein, sammle zwei Stück Ich brauch nur Redstone Mach doch Ich kriege keinen Brot auf dem Monster Boah Lava Ich kriege nicht mal Ok Lever kriege ich auf dem Monster Ich kriege ja doch gar nichts Boah, das ist Jumeiga Ja, nice Hey, so ein Dias Näh Doch Alter, hör doch mal auf Das ist echt uncool, dass du machst Erfarmt einfach Dias, ohne es zu wissen Ja, das ist dann Du kannst eh noch nicht dein Schwert auf Scharp 4 machen Ja, du hungert Mit was rette ich dann rum? Warum? Mit Scharp 1, oder was? Achso, stimmt Ich habe kein anderes Schwert Können wir dann den Neta machen, Alex Aber nicht hier Ja, sicher Warum haue ich dann das Schwertchen? Ey, da waren nur zwei Dias Anscheinend Ja, Alex Ready dann, soweit? Ja, ich komme zu dir Wo bist du? Ich geh mal da alles mit, was wir brauchen Ne, ist noch ein Alter, aber Schwert, ey Wir haben da Zufallgänge Ich kann nicht sagen, nein Oh, ich hab... Wie viel Level hast du? 12, 13 Dann könntest du mir einen Scharp 3, äh 4 machen, dann könntest du das verhalten Müsstest du aber vielleicht nur hierher kommen Ja, ich nur Weil wenn wir Richtung spawnen wollen Dann sollten wir das Guck mal, ich werfe dir mal meine Diaschwerter hin, ne? Ja Ja Müsstest du sie alle haben, oder? Ja, für den wir sind da Och, Alex Was soll ich denn machen? Wie viel... was soll ich denn machen? Sag mal dann Du kannst ein Diaschwerter zusammen Ja, du bist... Ja, du bist... Jetzt kannst du das andere behalten Jo So, jetzt haben wir nämlich schon mal aufgeräumt Den ganzen Stuff Und jetzt räumen wir hier weiter Hast du noch zwei Level, Alex? Naja, aber ich mache trotzdem War, warte Warte Oh, noch einen Millimeter War hier nicht irgendwo noch ein Zombie? Ja, bei mir Ich habe gerade ein Kehrt Mann, warum lagst du wieder? Es gibt's ja nicht Was? Jetzt habe ich zwei Level Warte ich mir Bot 2 auf meine Brust Ah Endlich Was? Ey, wir haben gerade zwei Sekunden Barf nur um Bot 2 zu craften Echt? Ja, das lag gerade voll, guys Na, dann nimm mal alles mit Wo ist deine Brust? Ey, würde ich gerade anziehen, da oder will Geht noch zwei Level, Steve Alles, was wir nicht brauchen, kann in die Kiste, da Boah, dann bringen die die zwei Zucker auch noch was? Gar nix Lass es hochbauen, go Mit den Lags schaffe ich es nicht einmal hochbauen Los, go Geht nicht Was meinst du nicht das Holz in die Kiste? Bist du behält? Ja? Das habe ich nur kurzzeitig gemacht Achso Okay Kannst alles in die Kiste schmeißen, aber keine Holz So, go Geht nicht Geht nicht Wir müssen hoch, Alex Jo, es lag so viel Vielleicht wird jetzt keine ganze Folge da unten stehen Vor allem wenn wir eh nichts mehr haben Wir haben keine Level, wir haben nichts Wir müssen ins Meter Ja, schön So, go So Du sagst das so einfach Ja Ich habe gedacht, du hast das mit deiner Inhaltsleitung geregelt Habe ja gedacht, aber die haben gesagt, wir müssen das erst reparieren Dann bau dich jetzt einfach hoch, Alex Schaffst leider mal Holz aus der Kiste aus Alter, ich laufe jetzt alleine in die Mitte von Fein gegen dir alleine Ja, was kann die dafür Ja, warte, wie soll ich denn bitte Varro spielen, wenn du solche Legs hast Ja, das frage ich mich auch Ich habe keine Lust bis Folge 14 hier rumzueiern, bis die ganzen Lappen gegen die da tot sind und wir nur noch die ganzen Mega-Profis drin haben, die schon alle 5 Kills haben Ist hier Da kannst du nämlich dann auch alleine fighten Da gehe ich nämlich dann auch weg Verstecke ich mich nämlich Ja, ich versuche auch zu spawnen Aber bitte eben sneaken, ne? Schockst du es einfach Alex Ja, wie Oris Das kann ja nicht sein Was, die Physik hat gar nichts mehr auf Standbild Also ich spiele mit dir kein Varro mehr Ja, was, da kann ich eh nichts dafür, wenn du da Letztes Mal, wo wir Varro gespielt haben, wo jemanden wegklatschen wollten, warst du auch nicht da Ja, da kann ich eh nichts dafür Nein Ja, was kann ich für die Interleitung da Ja Aber das ist immer, immer, wenn sie irgendwas vorhaben Immer Ich disconnecte mal, jetzt geht es nicht Als nächstes Mal wieder gar nichts mehr Ja, dann komm hoch Nice Ich muss mich auch jedes Mal disconnecten, jetzt läuft Alex, wo bist du? Ich baue mich grad weg auf Ich hab jetzt eigentlich keine Lust, mich hier die ganze Zeit mit Zombies zu prügeln, ne? Hm, ich musste ja einfach rausloggen auf den Worten Wenn du hier bist Jetzt ist Level Farmen, ey, hier oben Wenigstens irgendwas Jetzt hast du einen Kies mitgenommen, der unten gelegen hat Nee Kann nur Okay Geil Wir sind in 30 Sekunden nicht bei euch, genau knicken Wir haben nur 5 Minuten, ne? Ja Jo Hier ist ne Mumu Schauen wir aber lieber die Hühnchen Wo bist denn du? So oben? Ja Ja Du bist nicht Alex? Ja Hast du dich straight hoch gebaut? Ja Geht ich nicht Ich bin da auf dem grünen Fert Gute Beschreibung, gell? Ja, da war ich vorhin auch Da oben bist du? Ohne ob die Finition ist Wir laufen Richtung Spawn Wie viel Essen hast du noch Alex? Das ist 4 und 6 Gut Kommst du mit? Mhm Ich gehst aber Rottenflash, der mit dem Fight wenigstens ist gut, ja Da lang muss man, okay Da lang Die sind überall noch grüner, die können wir ja noch mitnehmen Aber wir haben halt kein Feuer, ne? Auf uns vor Leuk Wie? Die Rüchung müssen wir, ne? Ich hab nur eine Steck und so Weckt nicht mehr? Naja, aber das ist, das kann sich Schlagartig ändern Ach ne Erinnern wir? Ja Wir nehmen alle Chicken mit, die wir finden, ne? Jo Chicken Dinner So, hier drüben das Hünchen mitgenommen, ne? Ne, natürlich nicht Laufen richtig? Ist halt nur ewig weit gelaufen, ne? Am Anfang Ja Ja, so weit aber auch wieder, oder? Abo Ach, das waren 900 Blöcke Ja, okay Null Die, 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 die Die, 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 die Das roten Fleisch verbraust du so schnell, logischweise Mhm Wir kennen ja unser Boot bei uns, Steve Ups Ey, aber auch keine Sau, ne? Den laufen schon ganz gut Jo Den nennen wir noch? Ja Wir haben aber auch nicht mehr so lange, ne? Na, nur noch zwei Minuten Hier war aber jemand Vor kurzem erst, weil da liegt noch, äh, XP Da lag noch XP Da lag noch XP Und da vorne sind Öfen Und ne Workbank Siehst du die? Ja Was? Was? Hier wurde von Star Noah getötet Die Feiten? Lore Auf zur Mitte Feiten sogar schon Hier wurde halt nicht Doch, hier ist noch Essen drin, ne? Nice Nice Steine Boah, wenigstens ob ich XP kriege Die müssen schritt zulaufen, scheiße Vorne ist der Spawn, Alex, hier ist der Spawn Mhm Die haben sie irgendwo hier vorne, haben die sich ausgelockt Pfff Server verlassen Eine Minute vorbei Irgendwo hier vorne, irgendwo hier vorne, klar waren die dann Dann hat sich dann da ausgelockt, irgendwo in so einem Erdberg Aber das war glaube ich auf der anderen Seite So ein Erdberg? Ja Ja Damit nur noch 14 Sekunden, ich glaube wir sollten ein bisschen weg gehen, oder? Spawn Geht noch ein bisschen länger Ja guck mal, ich laufe jetzt hier hoch Ja mach aber keinen Scheiß, wenn du länger drauf bist, ne? Ja Ja, mit den Legs, nice Bleib hier stehen Gott Leute, das wars von meiner Folge Wir sehen uns dann in der 8. Folge wieder, haut rein Mitch Wo waren die? Keine Ahnung Ob Basti tot ist? Ne, Dristan ist gestorben, nicht Basti, ne? Alex macht keinen Mist Jo, Alter Der haut nie Was? Entweder er steht da, oder er steht nicht da Wenn er da steht, hast du Bescheid, dann schau nicht mit drauf Weiss ihn, Alter Liesst du den? Aufnahmezeit ist vorbei Yo Danke fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefahren hat, gebt einen Daumen nach oben Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal